was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute wieder minecraft tackled legends zusammen mit dem janko lp dem podgamer und fabia d so da unser rathaus ja aussah wie so ein verkrüppeltes schiff haben wir uns jetzt im podgamer geschnappt er hat einen vollen plan wie wir jetzt hier ein wunderschönes er hat einen grundplan und darauf bauen wir auf ein bisschen kommen und machen ist mein grund also du hast cobblestone jetzt irgendwas neben zum grundriss machen hatte hier hast du auch noch mal von mir 52 cobblestone so fabi sollen wir fahren gehen ich denke ich gewöhnte was brauchst du holz kann das was für ein holz willst du willst du dieses sagen es ist egal in dem fall weil ich verarbeite das in der htk wenn das blocks die haben egal und haben immer eine andere war okay nachher selber färben glaube ich kriege ein paar äpfel ich habe voll hunger genau wir brauchen sand für die fenster gegen das denn jetzt nicht ganz kaputt hier ich muss eine neue achse holen sechs blöcke ist doch das ist einfach eingangs ja alles doch ein bisschen scheiße jetzt habe ich kein kommst du mehr kann ich einfach nicht mit sich setzen auch vielleicht auch noch schön wäre eine extra formwelt um diese extra formwelt weil daher wenn die queries losgehen ja das ist dann hast du überall schon eine map ja erinnere mich noch mal dran er muss eigentlich ein blockbreiter ich habe ja noch gar nichts das ist recht mehr hast du vor allem mein hause gesehen da ist auch noch ein 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 8 7 8 7 Und die zweite Stufe so da. Ich hab nur... Ich hab nur nicht mein Haus. Ich hätte vielleicht nicht alles auf einmal so auf Maschinen gekauft. Oder die Rohstoffe. Kennt ihr mal von euch dieses Carpenter's Blocks, dieses Garagentor? Ja, die hab ich bei mir drin. Haben die eine Maximalgröße? Oder? Weiß ich nicht. Also... Du kannst so groß bauen, wie du willst, eigentlich. Ja, okay. Das wär so ne Türidee. Und das kannst du auch so einstellen mit Druckplatten, das es nur bei Players angeht, das Monster... Ja, das weiß ich. War ja... War ja... Wegen Eingangstür und so. Dass man hier nicht so ne... Einfach so ne Holztür reinklappen muss, sondern dass es ein großes Tor hat. Können wir sogar theoretisch mal nach... Wo... Mitten im... Ähm... Tag-Nacht-System steuern. Dass die nur am Tag offen ist und dann nacht zu. Die Halle. Die kann ja auch reinbauen. Hängt sich einer eigentlich mit dem Mod Pack bis auf? Nee, ich geh mich mit den Mods aus. Also... Boah, ist das ein Mod, dass ich mit der Hand keinen Sand abbauen kann, wie ich ne Schippe im Inventar hab? Ich hab die Schippe im Inventar, aber ich bin so voll die Schippe auszurüsten. Ich will das eine Ding im Kram mit der Hand wieder abbauen. Geht nicht. Was ist das denn da? Die Shops, die sollen die nachher werden? Äh... Ne, die Shops soll ja nicht im Rathaus sein. Die sollen ähm... Nochmal separat gebaut werden. Soll da jetzt alles so genau rein. Also... Die Regeln. Ne, also ein paar Schilder. Genau. Ähm... Dann hab ich mir gedacht... Portale? Portale genau zu verschiedenen Welten. Zum Beispiel, wie gerade angesprochen wurde, die Farmwelt und so. Was könnten wir noch da reinbauen? Ähm... Ist da eine Mod drauf, wo man sich so ne Welt erstellen kann mit den Büchern? Naja... Das kannst du mit Inton und Drum und Drum und Drum auf den Server einfügen. Mit der Technik für. Plugins und Drum und Drum und Drum. Dann kann der... Kann ein Mod, oder? Hilf dem Server sagen... Du möchtest die in die Welt erstellen und die soll da und durch das und das Pedale laufen. Dann macht er nur ne Welt. Was ist das Plugins für? Ich hätte auch noch ganz gern so ein Raum. Zum Beispiel, wenn man äh... sich jetzt ein äh... einen Shop erstellt. Wie man zum Beispiel den Befehl eingibt. Hier zum ähm... Shop erstellen, dass man da... Weißt du wie ich noch? Eine Art Info-Brett. Info-Brett. Ja, so ein... Info-Brett. Was sagst du? Was? Achso, schon gut. Ich dachte du hast mit mir gesprochen. Nee, ich muss gar nicht jüngeren denken. So... Hier läuft ein nacktes Schaf rum. Ja, das braucht mir viel Bett. So... Hast du schon Holz? Ich hab ganz viel Holz. Geh mal her. Ja... Da kann ich nix mit Eingangs zählen. Dann seh ich die schon mal. Wie es etwa aussehen soll. Ja... Was brauchst du noch? Äh... Ja... Was haben wir denn von inbound? Wird das jetzt eher alt werden oder eher modern? Mach mal so im alten Stil, so. Dann Stone. Für Stone Wix. Dann hab ich mit Stone Wix. Okay. Mit vielleicht ein bisschen Bumbond-Holz. Stone Wix ins Holz. Ich muss aber ganz kurz nach Hause laufen. Mach das. Momentan mal so aus. Wenn du jetzt zuhause bist, kann man dann wieder ins Bett gehen. Das ist jetzt Solar Pendel. Na gut produziert. Ja... Ich bin froh, wenn ich mein Pick weg zu hab. Mein klein. Ey, ich wär froh nicht, wenn ich mal den Solar Pendel hätte. Ich ging ja dann mit meinem Generator rum. So. Also schlafen gehen? Ja. Welchen Lächter? Aber hier nicht wieder anfummeln. Fummelisen. Oh... Entschuldige Ratten. Spaß, wenn die Solar Pendels gesehen. War mein Fehler, ich hab keine Rohstoffe mehr. Schau mal rein. Es ist doch rein. So... Hopp, rennschender. Werd ich komme. Ich bin... im Bett. So. 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 So... kinderofan���... Die RED Faniere... ...eine Fusion vonn... Näheren Bäumen? Ja, da ist um... die Happy pro Jahrs reden, weißt du? Äh, ich war nicht, dass war der Andere. Ich bin selber ist es nie, es sind immer die anderen. Brauchst du noch mehr Holz? Äh, erstmal nicht, aber schlecht ist es halt nicht, dann müssen wir erstmal gucken, welche Farben wir nehmen. Kommt ein Skelett aus dem Wald, ey. Die Frage ist, was habt ihr für ein Tech-Shirt weg? Ich hab's. Ich weiß halt nicht, wie neulich die Stonewigs von der Farbe aussehen und allen drum und dran. Ja. Das ist die Frage, weil in meinem Tech-Shirt-Shirt würde ich erst bauen mit den Stonewigs und dunklen Holz. Das ist ja nicht, wie das an euch auch sieht. So hier ist die Fork. Mach einfach. Ja. Weil bei mir sieht das man halt geil aussehen, weil ich weiß dann wieder warum bei euch aus sieht. Weil in euch die Stonewigs ein bisschen Cobblestone von der Farbe, ne? Du kommst ja noch farbig. Ja. Ja. bei mir sind ja jetzt weiß. Weiß mit schwarzen Strichen dadurch. Ach, mach auch. Ach, mach auch. Ach, mach ich. Sieht bestimmt schon gut aus. Ja. So. Muss ich hier erstmal alles wieder in die Kiste schmeißen, was ich nicht brauche. meine Eier. Nicht die Eier. Machen. Fältig. Ja. Die Loomsticks und das Kochen. Wenn man so faul ist, die Sticks selbst zu craften. Ups. Ja. Kann man reichen. Gut. Ähm. Ich gehe farmen. Kann mal jemand so ein Project Table bauen? Da bleiben übrigens die items von liegen. Das wäre halt momentan an der Coaching Table. Das wäre auf jeden Fall mal was. Das holzt zumindest grad für mich. Hier. Mach das bloß mit. So. Wie dumm. Wie setzt man die Garagendinger? Was ist jemand? Nein, die musst du oben am Block ansetzen. Also brauchst du ja einen Oberblock. Dann schau ich mal hier runter. Von was redet ihr denn da gerade? Ähm. Von dem Eingang. Achso. Und das ist ein Mod. Und das ist halt ein... etwas... eine sehr große Tür. Ja. Das bin ich jetzt hier gerade am... ein bisschen hoch, oder? Guck mal. Hier vorne. Janko. Fabi. Guck mal. Das ist halt wieder auch ein bisschen hoch, oder? Da kann man das so... Schau aus, ob du da mit dem Auto reinfahren willst. Ja, mit dem LKW. Warte, ich will auch gucken. So ist besser. So ist besser. Ja. Sehr hoch. Hier sollen da nicht solche Riesendinger werden. Was denn, ey? Was? Alles noch roh überhaupt. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja. Das habe ich gerade reingemacht. Ich brauche mal kurz den Schein. So. Oh. Ding. Mark weiß natürlich total falsch. Ein Hammer. Hast du Hammer? Ich auch nicht, schade. Hammer. Der ist nicht so schlecht. Ja, in den Ofen. Wollen da rad? Nee, wenn da mal was rein liegt, sieht das auch der andere. Achso. Hier in meinen Ofen, neben der Kiste. Da kommt gerade Eisen. Ich gehe jetzt gerade... Wo ist das denn? das war's nicht schlecht ich gehe jetzt noch mal ein paar Eisen und Steine und so fahren vielleicht brauchen wir das ja noch ja äh Storm haben wir den ganzen Tag gebraten, wenn die Steine irgendwo rumfliegen? ähm, ja hier oben wenn der normalen Kabel stünde, dann warum meinst normalen Steine? hier sind auch schon Stormwix drin hier sind mal Duschfahrten in der Kur also Kabelstun haben wir keinen Punkt eben ich darf meine Turtle gerade massiv ernst du sollst nicht aufgehen das ist ja ja frein man kann mir helfen, komm ich bin gerade zu dunder, ja ja guck, dann gehst du ihm helfen? ey, jemand der die Karten, das Geräsch auch hat ja, hab ich nicht Alter, du magst kurz kommen und irgendwie wollen die Steine nicht an mich an die Tür äh? kommst du nicht? guck mal, kann man ja hier dran machen, bist du bei mir? warte da nur mal schrecktaschen hab zu hier gerade meine kleine Molimchen ja dann kann er die Steine hier dran machen ja ich krieg die nicht ran ja wir machen hammer kurz da ja 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 Was macht ihr da eigentlich? Wie das? Ich versinnere dir gerade nicht so, wie soll Aber wir sind schon wieder über der Zeit Mein Gott, ich vergesse die Zeit hier immer Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da Schaut bei den anderen zwei vorbei, die stehen nur in der Videobeschreibung Oh, Podgamer, hast du auch einen YouTube-Kanal? Ja Ja, dann auch beim Podgamer vorbeischauen Den trage ich auch unten in der Videobeschreibung mit rein Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder Haut rein, Leute Ciao